Die Verteidigung einer Weltanschauung, oder wie es die meisten Personen eher antreffen werden, die Verteidigung einer Religion. In Amerika muss man diesen Begriff nicht häufig erklären, weil es dort bekannte Größen gibt, William Lane Craig, Frank Turek, John Lennox und viele mehr, welche das Christentum gegenüber einiger der bekanntesten Atheisten verteidigen und damit, laut Christen, regelmäßig Debatten gewinnen. In Deutschland ist das allerdings noch kein großes Thema, weshalb es sich die Hoffnungskirche Kaiserslautern scheinbar zu einem Ziel gemacht hat, das zu ändern. In sieben Teilen möchten sie den Zuschauern näher bringen, weshalb Apologetik gut für den christlichen Glauben ist und weshalb auch du dich daran beteiligen solltest, wenn du es dir zutraust. Als Atheist habe ich einige Probleme mit den Videos, so viele, um genau zu sein, dass ich meine Antwort in drei Teile separiert habe, in welchen ich diese präsentieren möchte. Bitte beachtet auch, dass ich Peter Grell und Jakob Götzen nichts Böses möchte. Diese Videos sollen nicht als Angriff gewertet werden, sondern lediglich als Bedenken, Fragen oder einfach eine separate Meinung. Ich gehe ausschließlich auf die Stellen in den im Original umgeschnittenen Videos ein, auf welche ich auch etwas sagen kann. Wenn ihr also Schnitte seht, stammen diese von mir. Und wenn ihr euch vergewissern wollt, dass ich nichts aus dem Kontext gerissen habe, könnt ihr die originalen Videos in der Videobeschreibung finden. Es gibt einen Vers, einen sehr bekannten Vers, der immer wieder herangezogen wird und diesen Vorgang als Aufforderung an die Gläubigen beschreibt. Und zwar in 1. Petrus 3, Vers 15. Petrus schreibt jetzt nicht nur ein paar Experten an, sondern im Petrusbrief geht es auch um das Leben der Gläubigen. Und das ist ein Teil des Lebens eines Gläubigen. Ja, und ich denke auch, weil viele wissen, dass ja der 1. Petrusbrief wurde ja an Gläubige geschrieben, die nicht gerade in einer leichten Lebenssituation waren, sondern die gerade auch krasse Widerstände aufgrund ihres Glaubens erdulden mussten. Und das ist ja auch wieder so etwas, was direkt in unsere Zeit spricht, weil man einfach merkt, so als Christ, man wird sehr schnell als intolerant oder hinterweltlich oder nicht mehr rational so angesehen in der Gesellschaft und erfährt da auch so Widerstände oder dass der Glaube lächerlich gemacht wird. Es kann durchaus sein, dass die beiden von persönlichen Erfahrungen sprechen. Und dass Personen dieses Bild von ihnen haben, tut mir wirklich von tiefstem Herzen leid. Nicht nur hören sich die beiden so an, als hätten sie intellektuell so einiges auf dem Kasten, sondern wirken auch wie die Art von Christen, mit welchen es Sinn macht, konstruktiv Gespräche zu führen. Ich bezweifle, dass sie irgendwann, wenn ihnen die Argumente ausgehen, das Gespräch beenden, indem sie sagen, dass man sowieso in die Hölle kommt. Trotzdem möchte ich auch sagen, dass ich ihre Gegenseite zum Teil verstehen kann. Wie kann es zum Beispiel sein, dass Sklaverei, eine Tat, für welche Menschen mit ihrem Handeln verantwortlich sind und welche in der Bibel niemals als schlecht bezeichnet wird, heute ein absolutes No-Go ist, während Homosexualität, etwas, wofür sich Menschen nicht entscheiden, noch immer von vielen Gläubigen als Sünde angesehen wird? Wo ist dabei die Rationalität? Die Apologetik geht uns alle etwas an und dass das einfach auch eine Sache ist, die uns am Herzen liegen sollte, weil es letztlich darum geht, anderen Menschen Einblick zu geben in die Hoffnung, die in uns ist, damit sie quasi etwas von dieser Hoffnung sehen und ins Nachdenken kommen und den Glauben an Gott und an Jesus Christus ernst nehmen. Es ist offensichtlich, dass Religion Hoffnung und Freude geben kann und wenn das alles wäre, würden vermutlich nicht so viele Atheisten etwas dagegen sagen. Es wird problematisch, wenn man in Betracht sieht, dass Personen mit dem nötigen epistemologischen Fundament in vielen Fällen anfangen, alternative Medizin zu nehmen, statt zum Doktor zu gehen oder sich von Wahrsagern übers Ohr hauen lassen. Von dem, was ich bisher von Gläubigen verschiedener Religionen gehört habe, kann ich davon ausgehen, dass die meisten in ihrer Argumentationskette irgendwann einen Sprung machen müssen, den sie über ihren Glauben allein rechtfertigen. Das Interessante ist, dass alle Gläubigen nach dem Sprung und mit den gleichen Prämissen praktischerweise bei genau deren Religion landen. Wenn man auf diesen Sprung verzichtet und versucht, den Weg von vorn bis hinten mit logischen Argumenten und nachweislich existenten Fakten zu geben, sieht man eventuell, dass alternative Medizin lediglich eine Alternative zu Medizin ist, welcher hauptsächlich durch den Placeboeffekt funktioniert, wenn sie es tut und Hellseher so ungenaue Fragen stellen, dass sie entweder auf alle zutreffen oder im Fall der Fälle anders interpretiert werden können. Im zweiten Video geht es hauptsächlich darum, wie Jakob, nachdem er selbst Atheist war, zum christlichen Glauben und im Anschluss zur Apologetik gefunden hat. Wir haben ja schon viel über das Thema gesprochen, Jakob, und auch über so manche Unterhaltungen, die wir schon erlebt haben, ausgetauscht. Und da waren so viele Unterhaltungen auch dabei, zumindest bei mir, wo ich dann auch mit jemandem gesprochen habe und einfach nicht wusste, was soll ich jetzt sagen. Oder ein Argument gehört habe, was gegen den Glauben spricht, was ich noch nie vorher gehört habe und nicht einfach sagen kann, ja, aber trotzdem ist es richtig oder so. Was genau spricht gegen die Antwort, keine Ahnung, wenn eine Person eine Frage stellt, welche man zuvor nicht gehört hat? Wieso kann man nicht sagen, guter Einwand, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht, danke für deinen Input, ich werde mal drüber nachdenken. Wieso muss Religion eine Antwort auf alles haben? Wieso muss die Person, die diese Religion verteidigen möchte, eine Antwort auf alles haben? Wenn man Wissenschaftler fragt, was den Urknall verursacht hat oder was außerhalb des sichtbaren Universums ist, können zwar die ein oder anderen vielleicht eine Hypothese aufstellen, aber wenn man auf eine definitive Antwort besteht, werden derzeit die meisten ehrlichen Wissenschaftler sagen, keine Ahnung. Es ist keine Schwäche, Dinge nicht zu wissen, es ist eine Stärke zu erkennen, dass man das Potenzial hat, noch mehr über diesen Kosmos und das Leben herauszufinden. Irgendwann war für mich das Thema auch irgendwie abgeschlossen, als ich angefangen habe zu studieren, wo ich gesagt habe, ich muss mich damit nicht mehr beschäftigen, ich bin zu einem Schluss gekommen. Aber ich habe gemerkt, das war nicht das Ende. So wie ich gelebt habe, das hat einfach nicht übereingestimmt mit dem, wie die Wirklichkeit ist. Gott hat glücklicherweise einen Christen in mein Leben geschickt. Eine Frage, welche man sich bei solchen Geschichten stellen muss ist, was wäre, wenn Allah, Jakob zwei Muslime ins Leben geschickt hätte? Was wäre, wenn er auf zwei Juden im Auftrag von Yahweh gestoßen wäre? Hätte er sich anders entschieden, wenn Vishnu ein zufälliges Treffen zwischen ihm und zwei Hindus organisiert hätte? Ich kann verstehen, dass es wie mehr als nur ein Zufall wirken kann, wenn man in einer düsteren Lebensphase auf Personen trifft, die das eigene Leben verändern. Aber man muss sich auch bewusst sein, dass es schlussendlich auch einfach nur ein glücklicher Zufall sein kann. Wenn ich glaube, dass nichts über dem existiert, was ich verstehen kann oder was ich mit meinem Verstand aufnehmen kann, was ich sehen kann, was ich riechen kann, also mit den Sinnen wahrnehmen kann, wenn nichts existiert, was ich nicht durch wiederholte wissenschaftliche Forschung zeigen kann, dann habe ich ein sehr limitiertes Bild von der Welt. Es gibt Tiere, welche höhere oder tiefere Töne wahrnehmen können als wir. Es gibt Tiere, die besser in der Ferne oder Nähe sehen als wir. Einige können ein anderes Farbspektrum sehen. Könnten wir mehr Gerüche wahrnehmen, würden vermutlich wesentlich weniger Menschen an einer Kohlenstoffmonoxidvergiftung sterben. Doch genau deswegen haben wir Maschinen erfunden, welche diese Sinne nicht nur erweitern, sondern um ein Vielfaches verbessern. Wir können weit entfernte Galaxien beobachten, sehen, wie Viren und Bakterien aussehen und genau bestimmen, welche Gase zu welchem Anteil die Luft ausmachen, welche wir atmen. Zudem ist sich die Wissenschaft nicht sicher, was der Kosmos überhaupt ist. Es kann sein, dass dieser unendlich groß ist. Können wir uns einen unendlich großen Raum vorstellen? Nein. Doch trotzdem gibt es Hypothesen in genau diesem Bereich. Und falls das Argument ist, dass es doch auch noch das Übernatürliche gibt? Nun, wenn das Übernatürliche einen Einfluss auf unsere natürliche Welt hat, dann müssten wir zumindest Spuren davon feststellen können, welche bisher noch niemand nachweislich gewunden hat. Wenn es allerdings keine Anzeichen dafür gibt, dass das Übernatürliche mit unserer natürlichen Welt interagiert, wieso sollten wir dann annehmen, dass es das tut? Das soll auf gar keinen Fall zeigen, dass wissenschaftliche Forschung im Gegensatz zum christlichen Glauben steht. Es ist sogar so, dass die wissenschaftliche Forschung sehr häufig oder eigentlich immer den Glauben auch unterstützt, was man auch eben sieht, wenn man die richtigen Autoren auch liest. Und wenn man wirklich so mal miteinander vergleicht, was sind die Schlussfolgerungen von der einen Weltsicht und von der anderen Weltsicht? Ja. Die Wissenschaft unterstützt Religion immer. Außer wenn sie es nicht tut. Die Evolutionstheorie ist das absolute Gegenteil des christlichen Glaubens, in welchem wir eine ganz besondere Schöpfung Gottes sind. Die christlichen Kreise, welche glauben, dass die Erde 6000 Jahre alt ist und dass vor 4000 Jahren eine Flut die gesamte Erde bedeckt hat, wurden durch verschiedenste wissenschaftliche Fachrichtungen enttäuscht. Geologen können sagen, dass es an vielen Orten verschiedene Erdschichten gibt, welche mindestens mehrere Millionen Jahre gebraucht haben, um sich zu formen. Archäologen haben die Knochten von Tieren gefunden, welche weit vor der vermeintlichen Schöpfung gestorben sind. Ja. Ab und dann stellt sich heraus, dass das ein oder andere biblische Ereignis tatsächlich stattgefunden haben könnte, aber in vielen Fällen ist genau das Gegenteil der Fall. Ich möchte Jakob wirklich nichts Böses unterstellen, vor allem, weil er wie eine ehrliche Person wirkt. Vielleicht hat er sich aufgrund des umgeschnittenen Videos einfach nur doof ausgedrückt, aber die Aussage, was man auch eben sieht, wenn man die richtigen Autoren auch liest, hört sich in Verbindung mit seiner Anmerkung bezüglich Wissenschaft und Religion für mich persönlich ziemlich nach Cherrypicking an. Wenn man liest, wie christliche Wissenschaftler oder im schlimmsten Fall Laien, welche eigentlich keine Ahnung von der Thematik haben, neue Entdeckungen interpretieren, braucht man sich nicht wundern, dass diese auf die Validität der Bibel hinweisen. Das ist keine Recherche, das ist Confirmation Bias. So habe ich gesehen, dass ohne Gott das Leben wirklich wie ein bodenloses Fass ist. Warum soll ich überhaupt leben? Warum soll ich mich überhaupt an irgendwelche Regeln halten? Ich kann doch eigentlich machen, was ich will und das ist okay. Oder jemand anders kann mir antun, was er möchte und das ist okay und ich kann eigentlich nichts dagegen sagen, weil was ist der Maßstab? Brauchen wir Gott, um zu unseren moralischen Grundsätzen zu kommen? Die meisten Atheisten, welche sich mit diesem Thema beschäftigt haben, sagen Nein. Wenn man es evolutionär betrachtet, ist das eigentlich ganz einfach. Schadet es der eigenen Gruppe? Nicht gut. Hilft es der eigenen Gruppe? Gut. Bonuspunkte gibt es, wenn man dabei noch Vergnügen, Lust und Genuss mit einbringt. Wieso rennen wir nicht durch die Straßen und bringen Menschen um? Nun, weil wir selbst nicht umgebracht werden möchten und die Menschheit recht schnell ausgestorben wäre, hätten wir uns einfach gegenseitig getötet. Ich weiß, dass es viel einfacher ist, auf ein Buch zu zeigen und zu sagen, dass das unsere Maßstäbe vorgibt und wir uns deshalb keine Gedanken mehr machen müssen. Allerdings wäre nach diesem Maßstab auch noch immer Sklaverei in Ordnung. Aber Jesus hat doch im Evangelium nach Markus gesagt, dass wir unsere Nächsten lieben sollen, wie uns selbst. Das spricht auch ganz klar gegen Sklaverei. Ja, und das wäre vermutlich auch ein gutes Argument, wenn das mit der Nächstenliebe nicht bereits relativ früh im Alten Testament stehen würde und wenn im ersten Brief des Petrus nicht geschrieben wäre, ihr Sklaven, ordnet euch in aller Ehrfurcht euren Herren unter, nicht nur den Guten und Freundlichen, sondern auch den Launenhaften. Nachdem ich mich bekehrt habe, war es noch nicht vorbei mit dem Zweifel. Dann habe ich wieder angefangen, die Bibel zu lesen. Und ich kann mich noch ganz genau erinnern, wie ich die Szene von Jesus im Garten Gethsemane gelesen habe und gedacht habe, das ist doch total dumm, warum macht er das? Warum ist das so? Warum ist das so? Und ich habe so viele Fragen gehabt und gedacht, okay, irgendwie passt das auch jetzt nicht zusammen, aber es war nicht mehr so, dass ich gedacht habe, okay, ich verwerfe das Ganze wieder, sondern je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr hat sich alles zusammengefügt. Wieso sollte ein allmächtiger und allwissender Gott zulassen, dass die ultimative Quelle, welches seine Existenz für so viele scheinbar prüft, so kompliziert zu verstehen ist? Wieso verlangt er von den Lesern, dass sie alle Zusammenhänge erkennen und die korrekten Schlussfolgerungen ziehen? Wäre er nicht in der Lage gewesen, ein Medium zu erschaffen, welches alle Menschen ohne Zweifel von seiner Existenz überzeugt? Ob man ihn in dem Fall lieben und anbeten möchte, ist natürlich jeder Person selbst überlassen, aber der Grundstein dafür sollte doch zumindest sein, dass wir wissen, dass es ihn gibt. Aber jetzt ist es ja so, dass aktuell die Mehrheit in der Bevölkerung eigentlich eher so atheistisch oder skeptisch eingestellt, Gott und dem Glauben gegenüber. Laut einer Eurobarometer-Umfrage im Dezember 2018 ordneten sich rund 64% aller Befragten einer christlichen Religionsgemeinschaft zu, während sich lediglich 27% als Atheisten und Agnostiker bezeichneten. Von einer Mehrheit kann man also nicht unbedingt reden. Oder bei vielen ist es, glaube ich, heute sogar so weit, dass sie einfach nur sich mit dem Gedanken abfinden, ja die Mehrheit denkt das und die Mehrheit, ich bin auf der Seite der Mehrheit und ich bin gar nicht so gezwungen, mich mit meinem atheistischen oder materialistischen oder rationalistischen Weltbild auseinanderzusetzen, sodass auch viele von der anderen Seite eher gemütlich eingestellt sind, sodass auch sie herausgefordert werden sollten, hey, hast du mal deine eigene Weltsicht tiefgründig durchdacht, so wie du es quasi damals auch in einer bestimmten Zeit deines Lebens gemacht hast. Den Grundgedanken finde ich gut. Auch ich finde, dass es ein Fehler ist, sich in seiner Weltsicht sicher zu fühlen und infolgedessen nichts mehr zu hinterfragen. Mir ist absolut klar, dass es auch unter Atheisten dieses Problem gibt. Allerdings sollten wir auch nicht vergessen, dass diese Menschen auch in den verschiedenen Religionen anzutreffen sind. Auch deshalb ist es gut, wenn wir als Christen uns mit diesen ganzen Fragen beschäftigen, um auch Fragen stellen zu können, weil es nicht nur darum geht, dass wir auf Fragen antworten können, wie jemand, der auf der Anklagebank sitzt, sondern dass wir auch fragen, hey, wie kommst du darauf, zu glauben, dass es keinen Gott gibt und so weiter. Wie bist du zu deiner Sicht gekommen? Gegenfrage. Wieso gibt es keinen Weihnachtsmann? Ich kann nur für mich sprechen. Allerdings wurde mir irgendwann klar, dass die Erklärung, dass meine Eltern mir meine Geschenke kaufen, diese verpacken und unter den Weihnachtsbaum legen, wesentlich wahrscheinlicher ist als ein dicker Mann, der am Nordpol wohnt und durch unseren nicht vorhandenen Kamin steigt. Abgesehen davon liegt die Beweispflicht nicht bei den Atheisten. Die wenigsten davon, welche ich kenne, machten die aktive Aussage, dass es definitiv keinen Gott gibt und niemals einen gegeben hat. Wenn das für einzelne Personen tun, dann müssen sie das genauso nachweisen, wie Theisten die Existenz zeigen müssen. Christen machen eine aktive Aussage. Ja, es gibt Gott. Und nicht nur das. Sie sagen sogar, dass es eine bestimmte Version eines bestimmten Gottes ist. Und es geht noch weiter. Denn wenn Christen darauf bestehen, dass Atheisten doch bitte erstmal die Nicht-Existenz Gottes beweisen sollen, müssten es Christen nicht auch mit allen anderen Göttern tun? Das war schon so einiges. Damit sich das Ganze noch einigermaßen anschauen lässt, habe ich meine Meinung wie bereits gesagt in drei Teile geschnitten. Der zweite davon kommt in den nächsten Tagen und wenn ihr diesen nicht verpassen möchtet, könnt ihr gerne dort unten auf den Abonnieren-Button klicken. Wir sehen uns im nächsten Video und in diesem Sinne, bis dann.